Ich überlege, Ende nächsten... Ach, das ist scheiße eigentlich. Ich überlege, ähm... Äh, ab nächstem Jahr, zwei Jahre, auf Madeira zu wohnen. Beziehungsweise, halt so Hälfte vom Jahr da oder Hälfte hier. Für zwei Jahre. Du trollst? Nein, nein, nein. Natürlich nur wegen der Insel. Weil die Sonne da scheint und so. Nein, nicht wegen dem Steuern. Nein, 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 nicht wegen dem Steuern. Schön da, schön. Nein, aber No-Joke, das wäre geil. Äh, auch für Streams, weil dieses No-Joke, ich würde sehr off-streamen, weil auf Madeira kannst du so easy, du streamst auch vom PC, wenn du Bock hast, IHL, bumm, du switchst, IHL. Ja,rentalhi. Vielen Dank.